1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 6. 6. 7. 7. 7. Guten Abend. Dies ist ein Besitzungsaufguss mit 3 Öl. Die erste Runde mit rosen Blumen und die zweite Runde mit Mirto. Und die letzte Runde mit einem speziellen Mix Orange und Zier. Okay. Entschuldigung für mein Deutsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 's und der Blumen schlussendlich ist. Das ist auch der Blumen, die sich in der Blumen schlussendlich ist. Das ist auch wichtig. Die Blumen, die du benutzt, werden auch die Blumen sagen, die du auch inspirieren kannst. Die Temperatur in Sauna Il grado di vapore, cioè il vapore che io con l'asciugamano o il Meister con l'asciugamano ti getta contro, fa sì che provi questo senso di calore che aumenta. In realtà il calore rimane sempre lo stesso ma il vapore ti avvolge molto più, più stretto, ti si crea questa pellicola di vapore. Questo fa sì che i tuoi cuori si aprano velocemente e inizia questo processo di sudorazione. Inizio mi chiedono due minuti, due minuti per scendere gli altri, per respirare profondamente.